Boah, aus Osten kommen wo alle. Ja, ja, aus RKO. Ich mach gleich jetzt mal ein Safety-OP. Die Cap schon wieder. Scheiße. Oh, die sind schon an der ersten Mühle, ganz im Osten. Oh, fuck. Oh, Medic. Danke dir. Ach du Scheiße. Guck mal, ich hau mal ne Flair raus. Oh je. Guck dir das mal an. Die sind aber so. Oh, bad. Das ist gar nicht gut. Nee. Auf Pink sind sie hinterm Haus. Zack. Oh. Oh. Oh, ne VPS-H. Oh Scheiße. Ist das ne Nebel? So'n Scheiß. Oh, die spawnen hier. Aber halt. Ich versuch die mal links zu flankieren und da irgendwie ein OP zu bauen, weil dann kannst du da richtig reinhalten. Gucken ob das klappt. Weil die sind glaube ich schon in der... Die sind ja überall. Ich versuch mal durchschlagen, dann pushen wir halt mal. Und dann bitte. Fuck. Danke. Rind. Woo. die schießen von überall auf mich ja jetzt hätte ich die mp40 gut gebrauchen dass ich uns wieder den op hier so ab geht's ok lol alle richtungen Hast du gerade geschossen? Ja, ich habe eine Flair Vielleicht neben dir ist einer Ah, hier ist eine Karni bei mir Spau die ab Da steht noch ein LKW Hui, den hat es zufrieden Schießt der unsere Artie fast auf mich B vorbei, die Runde Da ist ein OP Ich denke Ah ja, ich sehe Was? Da steht ein Panzer, ein Decker Ein Hits, zwei Hits Ich werde von unserer Artie gekillt Die sind so blöd, nahe sie nie ihre Map checken Habe ich auch jede Runde Oh ja Knapp ist es doch hier Ich stehe nicht Shit Ja, ich sehe ihn nicht Oh, Alter Äh Ungefähr auf Ping ist einer Ort westlich von dir Oh Oh Okay, ich glaube, ich muss da drüben aufpassen, da kommen die wohl wieder her. Ganz hier ist irgendwo einer, aber ich kann nicht klingen. Irgendwo hier. Oh, hier hat mich fast einer umgerannt. Die kommen irgendwo nordwestlich wieder rein. Okay. Bin mir nicht sicher, vielleicht haben die an den Hütten wieder was gesetzt. Jetzt kam ja schon der zweite. Ja, da kommt wieder einer. Oh, da kommen ganz viele. Wo? Ja, von dem Ding, von der Hütte. Die sind da drin, die sind jetzt hier. Da sind auf jeden Fall noch mehr. Ja, hier ist eine Garni oder so. Oh, wir haben irgendwas dort gesetzt. Oh, wie viele dort sind. Ich werde gleich mal was pingen, da haben die in der Nähe was. Also da muss eine Garni sein. Da. Okay. Irgendwo da, so, müssen die eine Garni haben. Mhm. Ich geh mal gucken. Da kommt ein Panzer. Panzer von Charlie Marker. Und mich beschießt einer von Morden, also pass auf. Achso. Ich seh sie, wie sie da laufen. Ja, irgendwie, was müssen die da haben. Ist ein IS-1. Die sind hinterm Panzer. Und da sind ganz schön viele hinterm Panzer. Scheiße. Ja, jetzt haben sie mich. Ach, du bist das. Da ist einer, im Graben. Ja, hab einen Headshot. Eines Toten, hab zwei Stück. Mhm. Da muss noch ein dritter sein, laut den Anzeigen von vor uns. Mhm. Pappen. Sehr gut. LOL. War das der hier? Der Scheißhaar? Ja. 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 Ja.